Prinz Harry hat diese Woche einen wichtigen Schritt gemacht und ein Experte geht davon aus, dass es sich möglicherweise um seine Art handelte, seinem Vater, König Charles, einen Olivenzweig anzubieten. Prinz Harry scheint diese Woche seinem Vater, König Charles, einen subtilen Olivenzweig geschenkt zu haben. Doch die Aktionen des Königs blieben weitgehend unbemerkt. Der Herzog und die Herzogin von Sussex gaben am Dienstag eine herzliche Botschaft heraus, in der sie den monströsen Angriff der Hamas in Israel am vergangenen Wochenende verurteilten. Sie drückten auch ihr Mitgefühl für den Verlust von mehr als 1300 israelischen Menschen aus. Aber es scheint, dass das Timing des Herzogs entscheidend und möglicherweise ein subtiler Olivenzweig für König Charles war, da er nicht versuchte, seinen Vater in den Schatten zu stellen, so ein Experte. Früher am Tag sagte ein Sprecher des Buckingham Palace, König Charles sei, entsetzt über die barbarischen Terrorakte in Israel, und verurteilt sie, der königliche Historiker Gareth Russell bemerkte, dass es, interessant, sei zu sehen, wie Harry wartete, bis sein Vater einen Kommentar zu dem Thema abgegeben hatte, da er leicht hätte vorreilen können. Er sagte gegenüber The Royal Beat von True Royalty TV, der Herzog und die Herzogin von Sussex haben auch eine Solidaritätserklärung mit dem Volk Israel abgegeben. Ich finde es interessant, dass beide Söhne des Königs dieses Mal gewartet haben, bis der König als Staatsoberhaupt einen Kommentar dazu abgegeben hat. Prinz Harry hat seit seinem Rücktritt von seinen königlichen Pflichten im Jahr 2020 ein angespanntes Verhältnis zu seiner Familie.